Löwenmaul Für meine Herzenswolle Ist Arbeit und Leben, Freizeit und Freiheit Löwenmaul ist ein mehrzüngiges Wesen im besten Alter 14 bis 94 Jahre alt Löwenmaul ist ein Stift, mit dem wir alle zusammen Geschichte schreiben Schnipsen statt zu katschen Löwenmaul ist zu entdecken, zu forschen und zu machen Löwenmaul ist der Marienkäfer, der auf meiner Nasenspitze landet und mich daran kitzelt Wer schreibt, der bleibt und ich will bleiben Löwenmaul ist neu